Wir kommen zu den Kulturtipps. Ausflüge zu Kulturstätten sollte man klimafreundlich gestalten. Und das geht am besten mit dem Zug. Unter dem Motto Dein Autofreis Ausflugserlebnis haben die niederösterreichischen Bahnen klimafreundliche Ausflugsideen für die ganze Familie. Das Museum Osteriche in Neuhofen feiert einen Museumsfrühling am 21. und 22. Mai. Das Programm ist für Erwachsene und Kinder jeweils von 9 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei. Der zurzeit bekannteste Scheibser-Maler Josef Brammer bekam für seine zahlreichen Werke eine hohe Auszeichnung. Im Wiener Künstlerhaus wurde ihm das österreichische Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst überreicht.